In der Runde ist die Runde der Regie, die wir in der Stelle verfolgen, in der wir in der Runde haben, jetzt in der Runde, sind wir in der Runde ausreichend. Dann ist die Runde der Regie, die wir in der Runde haben. Wir sind in der Runde der Regie, die wir in der Runde studieren, das heißt, die Runde ausreichend. Vielen Dank.